Ab heute, dem 2. Mai, ist der Messepark in Dornbirn wieder geöffnet. Ich war drin und habe für euch ein paar Bilder aufgenommen. Was ich gemerkt habe ist, es ist jetzt nicht so ein ganz großer Ansturm. Es fühlt sich an wie vor 8 Wochen, als der Messepark ganz regulär offen war. Das einzige, was man halt merkt ist, alle tragen Mundschutz und alle desinfizieren sich die Hände. Die ganzen Läden haben nur noch einen Eingang offen, dass man kontrollieren kann, dass jeder den Mundschutz trägt, beziehungsweise sich die Hände desinfiziert. Die einzigen Läden, die geschlossen haben, ist ganz oben das Restaurant und das Reisebüro im Messepark. Sonst habe ich eigentlich keinen so großen Ansturm bemerkt. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass der Mediamarkt sehr voll war, weil da wahrscheinlich eine Rabattaktion gestartet ist. Aber sonst habe ich das Gefühl, es fühlt sich so an wie vor 8 Wochen, als alles regulär noch war. Und ich denke, wir steuern wieder Richtung Normalität zu.